Tonke? 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 Nein, erst lesen. Scheiß aufs Lesen, jetzt gehts weiter. Drück drauf! Kommen hin! Das ist das falsche Buch, sie sterben jetzt. Nutzen! Oh mein Gott, was ist denn? Schlagstock! Eine neue Waffe. Schlagstock! Das ist wichtig, was ich jetzt machen muss. Ah, sie können wichtige Pöcke, die ihren Zweck gefüllt haben. Und ein Häckchen hinter mir einen Tag werfen. Hä, ok. Hä, was? Hör auf! Warum aber nicht mehr steht da, Häckchen. Ach so. Da steht da. Komponiert mit was? Stimmt das auch? Was können wir denn kombinieren? Mit zwei komische... Vielleicht kannst du da alles sammeln am Zepter, alle Schlüsse. Sagen wir sie alle. Hm? Lol. Lol. Du machst alles kaputt. Ich hab auch nur... Das wusste ich echt nicht. Das wusste er. Echt nicht. Nein, okay. Ne, aber das ist wichtig, hier. Wo ist das denn hin? Toll. Der war echt ohne Scheiß. Ich wusste das. Das war einfach voll ein Juwelenlied, ne? Was? 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 Habt ihr Bock auf ein lustiges Minispiel? Oh nein. Du weißt doch eh schon die Lösung. Ich hab's mir schon nicht gemerkt. So. Wie war das scheiße? Ach ja. Nein. 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 Scheiße. Das ist voll der Scheiß. Ne. Hä? Ah. Ich check da gar nicht. Die beiden? Nein. Nein. Ernsthaft? Komm jetzt so. Hm. Nein. Probier unten links. Könnte sein. Ne. Der da drüber. Jetzt rechts runter. Ja. Rechts runter. Nein. Was war das jetzt? Ja. Ja. Hoch. Rechts runter. Und jetzt hoch. Nein. Ja. Jetzt rechts runter. Okay. Mach jetzt keinen Fehler. Nein. 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 Gib mir das ja. Nein. Stell dir vor. Das ist quasi eine 2 oder eine 3. Du musst auf eine draufzahlen. Drauf. Nein. Erstmal machst du die 2 rein. Dann nimmst du die raus. Machst die wieder weg. Und dann machst du eine 3 draus. Genau. Und dann haust die mit der 2 raus. So. So. Die Frage. Wenn du jetzt erst. Genau. Wenn du jetzt erst den ganzen Weg lang. Oder wenn du jetzt erst mal runter in die Waffenkammer. Und dann holst du die. Die. Das ist doch dein Ernst. Auf der anderen Seite liegt bestimmt die abgetritte Leiche. Police. Warte mal kurz. Nein. Ähm. Achso. Die Tür ist nicht gerade meinte. Das war was anderes. Okay. Entschuldigung. Wie gedacht da wäre jetzt noch. Ist irgendwas in die Helikopter rein? Ja. Warte mal. Geh einfach raus. Ja. Nein. Du seh. Kler. Kler. Ja. Ja. Und nicht Mully. Auf dem Fass unten. Ja. Ist da Kler drin? Hey. Leon? Marsha? Kler. Warte. Ich bin gleich da. Okay. Aha. Mach auf. Hey. 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 Ich bin noch in einem Stück. Ich schätze. Du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Das ist eine Regel. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Möchtest du gehen? Ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein. Wahrscheinlich tot. Claire. Nicht aufgeben. Ich bin sicher wir finden ihn. Hier unten. Mist. Du weißt was das heißt. Ja. Essenszeit. Warte einfach hoch. Claire. Du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich Leon. Kümmer dich um dich selbst. Claire. Verschwinde hier. Jetzt. Nein. Warte noch ein bisschen drauf. Hey. Lass uns das durchstehen. Beide gehen. Wollen wir Freunde bleiben? Was hast du gesagt? Wollen wir Freunde bleiben? Marvin. Ich habe hier ein Problem. Ich bin von Zombies. Ja. Ich will nichts sagen. Marvin. Marvin. Möhren sie mich. Marvin. Marvin. Verdammt. Verdammt. Aber was? Die Tür lag doch schon da. Halb auf mich fest. In der Lobby rum. Ich bin doch eben drauf. Dachte ich doch. Okay. Nein. Ich weiß wofür. Stell vor. Wer ist voll, ne? Oh. Sorry. 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 Ich geh da gleich hin. Ich geh da gleich hin. Das ist echt. Das wäre echt weg. Vielleicht wieder hoch. Uh. Okay. Okay. Oh. Oh. Ich kämpfe richtig gegen Brände. Zombies. Das ist krasser. Ich hoffe der jetzt nicht. Wenn es ein gutes Spiel ist. Dann ist die Zange jetzt weg. Ah. Ja. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Das macht er doch schon. Jaja. Scheiße. Huch. So auf ihm machen wir uns zu spielen. Ich bin verschwendete Schüsse. Jetzt kommst du in den Tritt. Ich bin zu Knochen. Was? Das Hitz ist ja nie besser gemacht. Ja das stimmt. Das Messer wiederbewegen und dann wieder erschießen. Was schon? Was schon? Was ist denn los gewesen? Was ist denn an die sie? Noch weiter. Soll ich jetzt wiederbeleben bitte? Ja okay. Bob der Baum. Können wir das schaffen. Jetzt sind wir ja nochmal wiederbeleben. Die sind alle tot. Nein die sind alle wieder tot. Guck der schläft doch. Der schläft. Ich hab gesagt du bist müde. Hast du damit den Zug gelernt? Du auch? Der ist ja schon weg. Ja. Mach das Fenster zu. Schnell. Ohhhh. Du hast aber keinen Platz. Ohhhh. Du kannst die Schlüssel mal wegwerfen. Dann kannst du wegwerfen. Oh der. Muss nicht. So. Alles. Nein das ist mir zuerst nicht. Jetzt müsste das Eisgarten an das Fenster daneben angehen. Wenn die Schlüssel. Ähm. Hm. Ähm. Hm. Wie kann ich die jetzt ausrüsten? Das ist ja in die Granate. Ja. Zieh die einfach doch in die Slots rein. Wollt ja. Kannst du nicht? Klicke die mal an. Ah, ausrüsten. Ah. Okay. Geh mal auf kombinieren und dann vielleicht ein Feld auswählen. Nein, geht auch nicht. Hä? Ah, keine Ahnung. Ich dachte echt. Egal. Wie man die Granate ausrüstet. Ich hab zu viele Sachen. Nein, wie kommst du darauf? Rettet nicht in die scheiß Waffenkamera und schmeißt die Schlüsselkarte mehr. Ja. Na, jetzt haben wir nicht das Rad da. Okay, da müssen wir nochmal... Lang. Alter. Wir kommen hier nochmal hin vorbei. Wir müssen auf jeden Fall da noch mal hin. Ah, kann man nicht. Das ist schon mal ganz alt. Ich hab's mal hin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab's mal hin. Ich hab's mal hin. Was ist denn? Was ist denn? Ich hab's nicht da. Hallo? Komm, geh raus. Was ist denn zur Hölle? Ich hab's mal hin. Hallo? Oh shit, nicht. Hallo? Komm, meinst du hier? Der ist noch ein zweiter. Ja, weiter ein zweiter. Ja, weiter ein zweiter. Alter! Was ist denn? Der hat es noch ein zweiter. Dann kann man es nur ein zweiter. Oh Mann. Weiß da, weiß da 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 Die Lady wird da auch nochmal messen Ne die ist tot, der Kopf ist explodiert Weiß da sie nochmal Der fucking Kopf ist explodiert Weiß da sie Nochmal Ok so Sir Der liegt ja auch Sir Sir Da ist die Sicherung Da musst du es einsetzen Ach ich hab Platz frei Irgendwas Die Munition hab ich schon gebraucht Es werde Nicht Ja Lobby, speichern Inventar leerräumen Marvin Da saß der hinterher Marvin, speichern jetzt kurz Marvin weg Dann mach erstmal sie mit der Genau Schmeiß alles weg Die Bretter brauchst du jetzt auch gerade erstmal nicht Bis wir wieder zurückgehören sind und wir den anderen Scheiß gesichert haben Na gut Die Zange brauchst du theoretisch jetzt zum zurückgehen auch nicht Boah, wenn du jetzt denn langwehen Jetzt wieder zurückgehen und die ganzen Sachen erstmal einsammeln Das die du gespeichert hast natürlich Das die du gespeichert hast natürlich Aber erst kommen wir uns Marvin, Marvin ist Familie Nein, der hat noch Zeit Marvin war immer für uns da Das ist noch dies einmal als er uns da rausgezogen hat Marvin kann warten Marvin, nein Marvin 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 ist weg Marvin, schlägst du? Meister ihn, dann lebt er wieder Er lebt noch Sag ich doch Was ist das für eine Aussage? Du hast ja nur ein Heilspray dabei, aber mal die Idee das anwenden zu können Nein Nein, das hilft super Das hilft nur bei uns Gut Du kannst jetzt auch die ganze Sachen wieder einsammeln So Leben Sie noch Nein ich muss das Ich muss das Okay bluten hochwertige Schießpumpe, das heißt wir können tolle Munizäulen erstellen, auch Flintenmonien, glaub ich, hieß das, äh Kraut, konnten wir noch mal was nicht bis nehmen? Ich glaub die andere Seite ist noch gar nicht platt. So, das stimmt. Ah, da liegt da mal was. Weißes Pulver. Ja auch gut. Wenn wir wieder zurückgehen und wieder alles aufgeliehen. Wieso das Ratschügel? Und die Karte. Und das ist so da nicht in der Nähe von dem... Nee, nee, nee... Das ist auf Tato, was zwei oben, ne? Was mich denn als Trigger? Bist du mit den Schlüssel? Nein. Ich will den rausnehmen. Okay, komm. Dann kommst du mal weiter hier rüber. Hast du ein Problem damit? Ja, ich will auch was mit. Ich will nicht... Ich will... Oh... Ja, vollsten Schuss, Digga. Will ich das wegwerfen? Ja. Munizäulen wegwerfen, ja. Ja, das wär super, dann. und auch speichern so die verweilung ist abgeschlossen weiter spielen so So, warum wusste ich jetzt nicht weit lang? Irgendwo war das da. Ich muss halt irgendwie viele Codes hier noch finden können. Guck mal, ob du die 3 schon mal einsetzen kannst, wenn es die 3 ist. Hast du die Taste mitgenommen? Nee, da war auch nichts drauf. Vielleicht kannst du selber draufziehen. Ja, irgendwie rausnehmen und da reinstecken. Ja, ungefähr. Vielleicht geht das jetzt. Nein! Wir wollten alles nochmal mit. Geht's weg, alles nochmal. Warum habt ihr nicht aufgepasst? Du spielst. Du spielst nicht weit. Verdammte Scheiß. Das war alles 2-1-plus. Das ist das. Neeo. 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 Schlitzelkarte mitlegen. Die Taste mitnehmen. Okay. Neeo. 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 Das hält nicht... äh... Leo Marsha hält das nicht auf. Neeo. Neeo. Kann ich nicht mal bisschen schneller sprechen. Oh, rechts oben. Oh, rechts oben. Kann man nicht durch die Tür brechen. Kannst du das selber aussuchen? Dann mach die 3. Weil die ganze 2er Seite kannst du... Warte mal. Hast du die anderen Zahlen für die 2 alle? Nein, bis auf die 3 hast du alles. Dann mach die links rein, dann kannst du mehr benutzen. Dann kannst du das eigentlich alles auf der linken Seite öffnen. Äh, ja, bis auf die 3 dann. Und 1-0-2 kannst du auch machen. Äh... Oh, das ist ganz wichtig. 2-0... Nein! Man braucht 2 und die 3! Was hast du da hinten noch, links? Äh... 2-0-8. 2-0-8 und 1-0-2 kannst du machen. Ja. 2-0-8 und 1-0-2. 3... Und 1-0-2. äh... 2... Äh... 0... 0... 8 war's, ne? Ja. Und 1-0-2. Cool. 1, 0... 0... 0... 0... 0... 0... Und ich glaub den Rest ganzer nichtmacht... Oder? Was hast du da hinten noch? und das ist auch 2 8 das ist wichtig wer mehr allerdings müssen wir es gut das heißt was ist und schulden Juhu. Geil. Jetzt hast du nie die Monie nehmen. Obwohl ich brauche, dass ich jetzt nicht zwei Plätze. Ich glaube ich kann nicht. Ah, bestimmt. Das war damals so. Nee, ah, zum Glück. Warum kann ich das nicht auf die 1 pappen? Ja, das ist auch automatisch der 4. Ja, warum? Vielleicht ist das so... Keine Ahnung. Geh mal davon aus, dass es gescriptet ist. Nee, 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 vielleicht mal alle kurz... Geh mal wieder ins... Genau, in die Vita. Geh mal wieder drauf. Geh mal auf die Pistole. Ah, okay. Achso, okay, alles klar. Dann kannst du nur bestimmte Sachen aussehen, was schreit zum Griff. Eins. Zwei. Warte mal, jetzt fühle ich mich wie ein richtiger Mann. Ich bin Leo S. Kennedy. Und wir jetzt auch... Und wir jetzt auch erst... Und wir jetzt auch erst... Masha Kennedy. Wollen wir das noch nach den nächsten Gefängern machen? Ich geh jetzt hoch. Und wir setzen das Rad ein. Und benutzen tun wir es mir nicht so. Ja. Ja. Du bist so mein Feiner. Ja, ich schaffst das aber nicht rein. Ohhhh. Sieht aus wie jemand, den ich schon mal umgebracht habe. Das Rad war auch woanders, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte nur kurz, wenn wir noch was haben. Ähm. Ich da. Das brauchen wir jetzt. Ja, ja. Ich gucke halt, was wir sitzen haben. Nix. Okay, vielleicht noch das Schneidwerkzeug. Falls ihr oben direkt weiter rennen könnt. Aber... Ja. Wollen wir uns das Hochwertige mit. Wirst du das kombinieren? Ja, ich wollte ein bisschen... Da würde ich auch ein bisschen was von Demo die haben, oder? Wäre doch nicht schlecht. Boah, gut. Was können wir eigentlich Eis her? Schülspulver und Hochwertiges. Ja. Komm. Wir haben die noch nicht deswegen. Ja, okay. Dann mach mal. Einmal. Dann kann ich jetzt gleich etwas verschießen. Ha. Weiß noch, wie weit jetzt rennen müssen zum Rad? Äh, ja. Ja, wie weit? Ja, klar. Ah, bitte. Das wird ein keiler Cliffhanger. Ein richtig geiler Cliffhanger. Das ist natürlich auch geil, wenn ein Cliffhanger so zwei Minuten bevor was ankündigt. So, leben Sie noch? Ja. Ähm. Ich frage mich, ob man mehr was benutzen kann. Das Rot-Töne-Ding. Hm. 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 Digger. Weiter geht? Sehen wir in der nächsten Folge. Mit Mario. Hehehe. 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 Gott. Nein, das muss ich machen. Warte. Hehehe. Pfff. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020